Hallo Leute und Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part mussten wir uns nochmal mit Jesse und James rumschlagen. Ja, leider. Okay, Weg nach oben finden. Okay, mit den Schlüsse könnte man was ausrichten. Leiterschlüssel. Okay. Äh, okay. Okay. Ich take that as an okay. Hey! Hey, komm her, weg! Ich hab schon gehacken! Na, wir sind weg. Komm, raus! Komm, raus! Da, 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 da ... Lan, da ... Alte Fabrik! Lager! Oh, das erinnert mich an die McConaise Musik vom ersten Teil. Ja, nicht schlecht. Achso, ja, das geht nicht, weil wir nicht Pyra dabei haben. Schrott. Weil Konzentration ist ja eigentlich Pyra's Ability. Wie kommen wir hier? Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie man an Tyra rankommt hier. Okay, Superkräfte. Bei Poppy müssen wir stärken. Und Konzentration, ja. Sprungkraft. Grundnahrungsmittel. Taschen-Items verwenden. Sähe ich das jetzt hier? Ja. Okay, also die Superkräfte kriegen wir bei ihr schon mal. Ansonsten... Dunkel-Element, Pflanzenkunde, Erdelement. Charme. Altes Wissen, Pflanzenkunde, Wasserelement. Männchen-Gespräche? Ja, einer ihrer Skills ist Männchen-Gespräche? Okay, wir haben maximale Harmonie-Möglichkeit. Konzentration. Sprich mit vielen verschiedenen Leuten. Ah, wir müssen das bei Mithra auch erst freischalten. So, die Fähigkeit auch. Dann... Ab in die Stadt. Und Leute anquatschen. Würde ich sagen. Da, der hat einen Stern, mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Zack. Ist hier noch irgendwie mit Stern? Nein. Da oben aber... Du gibst noch kein Wissen für Poppy, einfach... Und zählt es für Mithra das Ding dazu. Das waren jetzt drei Leute, wir brauchen noch drei weitere. Und dann müssen wir kurz abwarten. Zählt das? Ja. Das war's für heute. Den kurzen Aufenthalt fürs Leveln. 35 bei Nia. Da-dam! Hallo? Hallo? Da-dam! Hm... Chat-Biter... So, zählt das Quest an dem Typen auch als Person 1? Dann muss es irgendeine Person mit Stern sein. dann klappern wir mal kurz hier und wir gehen mal kurz im dock da müssen noch drei Leute rumstehen mit dem Quatsch haben oder zack jawohl Seidennachtrupp zurückgekehrt zack ja auch gütiger gandhi seltener stufe 1 fertig das ist das ist das ist das ist das ist Ha! Ich werde es tun. Zeit für meine Existenz. Ich bin großartig bei der Unterstützung. Oh, ich liebe es zu gehen. Oh, keine Angst, ich werde nicht ausmachen. Es gibt Arbeit zu machen. Ich werde dich in jedem Weg unterstützen. Von heute. Okay. Schnellreise Königreich. Gut, ah ja. Garfund. Und dann quatschen wir da mal mit einem Söldner-Hauptquartier, um das aufzurüsten? Vielleicht. Vielleicht? Knappe Vorräte. Das zählt auch als Person zum Quatschern. Knappe dich mal an und jetzt sollte Pyra, äh Pyra, mythischer Konzentration freigestellt haben, right? Desserts müssen wir für sie verwenden. Okay, dann müssen wir jetzt mal kaufen gehen. Ach so, er steht direkt hier neben. Okay. 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 jetzt können wir mit mehr klinge resonieren dann jeweils Schlüsselerfolge erzielt auf Ai Söldner-Trop ein Auftrag in Uriah die Bossverdrescher hier scheint schlechtes Wetter zu sein dann ja und dann heißt es jetzt eigentlich nur warten wieder bis wir weiterkommen in der Story Kaiserreich, Morda, Deng, alte Fabrik, Balkon dann so müssen Superkräfte bei Poppy noch weiter so genau Superkräfte bei Poppy und davon müssen hier können wir die Taschenitems auch durch erneuern Ok, ja Ok, easy Ok, easy dann müssen wir doch nicht abwarten anders als bei den Söldner-Truppen das Ding kann da liegen bleiben sehr gut da dum bum 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Fabrik hat mich wirklich stark an den McConaise Vom Design her und so und von der Musik her Oh If only I had more FPS Natürlich Let's go, der Hase Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tohra! Tohra, Pohrle. Tohra, ich mich so sehr. Ich mich auch. Oh, das ist toll. Danke. Wer sind alle diese Leute? Sie sind die Tora, die Kantein. Ich meine, neue Freunde. Wunderschöne. Sie kommen hier für dich? Du hast gute Freunde. Oh, die Artificial Blade. Das ist Poppik. Tora, make her by improving on blueprints for Lila. Meh, meh. Most impressive. Tora must have worked hard. If I may, I know there's a lot of catching up to do, but perhaps we should escape. A very good point. Come on, Rex. Right. Not so fast, intruders. Muy Muy Don't tell me Really now You actually not realize it yet Muy Muy give you information On purpose to lure you to factory If we not want you here You would never find this place so easily Meh Meh How dare you Master Bond Is really angry Finally I have chance to see His precious artificial blade Now Take care of these intruders Yeah No I mean I have's gearmt Aber Hä Okay Aja, scheinbar wurde mein X-Roll-Schmetter-Salto genallt. Booms. Rolling Smash. Jawoll. Ich meine, das wären halt die Aegis. Das sind nur ein paar Trug-Träne. Ganz lecker zu Thanksgiving, aber... Naja, nicht die größte Herausforderung im Kampf. Wie können Sie so stark sein? Wir brauchen einige Antworten. Was sind die Leute, Plotinia? Ordinary Business. Wir müssen inocentlich produzieren Aether Furnaces und Artificial Blades. Und das sind die Leute, die sie wollen. Das sind sie, Tata-Zo. Und das sind sie, Tata-Zo. Und das sind sie, Tata-Zo. Und das ist sie, Tata-Zo. 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 So this is... Indeed, it is I! Na, M-M-M-O-S-T-A-B-A-N-A! You never do finish job properly, do you? You manage to lure them all this way, and then fail to capture them! Booey-booey, very sorry! But I am nice, Nopal! You brought not only artificial blade to me, but even the Aegis itself! Once I have Aether Furnace of Professor Susu, I can produce even better artificial blades, and make a killing! Then I sell Aegis too, and make mountains of cash! Then I can feast on mushy mushrooms for life! I... Chairman... Banner... I can't believe you would stoop to this! You should show more respect, after all the valuable work I find for you! So, who are you planning to sell the Aegis to anyway? Torna, I suppose? How do you know about Torna? Wait! I remember you! You're one of Torna's drivers! Wha... 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 What? Lila! Take them all down! Lila! Mission acknowledged. Commencing. Combat. Torna! 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 Please destroy her for me! Muimui modified her so she not even listen to Masterpon Tattersall anymore! Masterpon! Alright! Come on Poppy! As you wish, Masterpon! Okay, Lila. Zeit für ne ordentliche Schelle. Ja, die ist mit Level 31, okay. von einem direkten Foto nach dann wechseln wir auf Rock und dann versuche ich ein Disharmoniesiegel rauszubaggern ok der Rocket Kick hat echt wegetan falls wir es nicht schaffen die andere Kombi rauszubaggern können wir immer noch die Endzeitwitterung mit dem Gestankssiegel losballern ok und jetzt Disharmoniesiegel mit der Supernova BOOM tak fuck nice do not let her win poppy of course master pun comprehension error your integrated ether furnace is not fully activated as an updated model my energy throughput is superior energy efficiency not the problem here poppy's master pon told poppy not to lose so poppy we will win very simple logic comprehension error and that is why you are failure die da do it poppy one more attack and she goes down okay wait 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 one moment please Dada pon see Dada pon dada pon n dada pon dada dada pon dada universities No need to bother protecting yourself. Steal that Aethelfanis, even if it destroys you. Light... La is... You not need to listen to his orders, Laila. Hurry and take it. Laila's... Master pawn... is... Laila's... Master pawn... is Professor Susu, and... Professor... Tatazo. What? She destroyed control device on her own? Zebe! I'm very proud of you... Sister... Puppy... Puppy... Laila... That's not how it's supposed to go! What happened to activation of Rosa? She ready when you are! Good! Do it! Yes, sir! Hurry! Here we go! I'll come just like... I might use it like you! Let alone you land... Wo haben sie gehen? Drecks, wir finden sie! Tora, Poppik! Und damit würde ich sagen, das war es erstmal mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, möge die Macht mit euch sein und tschüss.